Wie lief's heute in der Arbeit, Nachbarin? Ich brauche einen Labdance, Tisch 5. Nicht zu nah rangehen. Der Kerl muffelt nach Spargelpisse und hat einen Piratenhaken. Du bist kein Nachbar, du bist ein Dealer. David Clark! Ich hab ein kleines bisschen Marihuana unten in Mexiko. Bring's mir bis Sonntagabend und ich gebe dir 100.000 Dollar. Das ist einfach nicht meine Liga. Du hast keine Wahl. Was war das denn? Hab mir ein Orca gekauft, ich verdiene einen Haufen Kohle. Wahrscheinlich filzen sie dich an der Grenze. Du könntest dich verkleiden. Näh, aus Batman oder sowas. Oh, da sind keine Drogen drin, sie haben nichts zu befürchten. Hast du Lust, 10 Riesen zu verdienen? Drogenhandel? Kein Drogenhandel, das ist Schmuggel. Ich allein über die Grenze, Alarmglocken. Aber Familien? Hi! Da sieht keiner näher hin. Also musst du meine Frau sein. Ich hab so ein Hirn hier aus meinem Haus engagiert. Und ein kleines Gossenluder. Kenny, deine neue Schwester. Ich wollt immer so eine Schwester. Entferne das von mir. Wir geben uns einfach wie die quietschsaubere grundamerikanische Familie. Keine reizende Familie. Danke vielmals. Wir sind die Millers. Schatz. Rutsch und Schwanz. Entschuldigung. Ola, ich soll hier ein kleines bisschen Gras abholen. Das ist kein kleines bisschen. Ich bewege hier genug Gras, um jeden verdammten Kiffer auszuknipsen, Mann. Gehört das auch zu deinem Plan? Ihr Leute könnt heute Nacht mit den Fitzgeralds kämpfen. Wenn du so lang verheiratet bist wie wir, willst du dir Sachen ein bisschen schärfen. Ich hab noch nie eine andere Frau angefasst. Damit könnte ich leben. Dann wollen wir mal swingen. Oh, ja. Und los geht's. Ich steh voll auf deine Familie. Ich weiß es. Ist das eine Gurke? Die sind ungewöhnlich. Das ist ein großer schwarzer Penis. Das ist ein Skateboard. Ein Skateboard, toll. Natürlich. Große schwarze Skateboard. Auf uns wurde geschossen. Los, los. Kenny wurde von der Tarantel gebissen. Ich würde eine Esel ficken, so weh tut das. Oh Gott. Lass mal sehen. Ich zeig ihn dir nicht. Sei ein Mann und lass die Hose runter. Wir wissen, wie ein Schwanz aussieht. Eben. Wie sieht der aus? Ich kann nicht hinsehen. Oh, leck mich. Nicht so schlimm, nein. Seh ihn dir doch an. Nein, ich seh gar nicht hin. Wie schlimm ist es? Kenny geht's gut. Wir haben einen internationalen Drogenhändler bestohlen. Ihr stärkt jetzt alle als Familie. Wir sind nicht mal eine richtige Familie. Meine Frau ist nur eine billige Stripperin. Okay, beweis es. Etwas Respekt, das ist deine Mutter. Ich glaube, du weißt nicht, was du tust. Entspann dich. Wie wär's mit etwas Mutter? I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in ten shades are great? I pray all ten fade away, seldom praise him for the sunny day. Don't go chasing, what the fuck?